Ja, Assalamu alaikum. Jetzt die Zusammenfassung. Erstens, es gibt keine Angriffskriege, die erlaubt sind im Islam, sondern es gibt nur die Verteidigung. Ein Muslim darf die Feindseligkeiten nicht beginnen. Zweitens, der Muslim darf die Feindseligkeiten beantworten, nur in dem Maß, wie ihm Feindseligkeiten zugekommen sind oder Unrecht zugekommen ist. Er darf nicht übertreten, denn Allah subhanahu wa ta'ala liebt nicht die Übertreter. Die Kriegsverse, drittens, die wir im Koran finden, sind Befehle in einem ausgebrochenen Krieg. Und es sind Befehle, es sind Befehle in einem ausgebrochenen Krieg und wir wissen selber, in einem Krieg heißt es dann, tötet, greift an, schlagt zu. Das ist jetzt mal einfach formuliert, sind also Kriegsbefehle in einem ausgebrochenen Krieg. Der Idealzustand, viertens, ist der Frieden und dann gilt kein Zwang im Glauben. Im Krieg natürlich, selbstverständlich, wenn die Muslime angegriffen wurden und sich verteidigen, ist das Krieg, sie nicht Länder zu erobern, sondern dass die Menschen den Islam annehmen. Wenn sie den Islam annehmen, sind sie Brüder im Glauben und dürfen nicht weiter bekämpft werden. Und weiter heißt es im Heiligen Koran, dass wenn man gegen Menschen kämpft, die gegen den Islam kämpfen, dass wenn aber der Gegner Menschen nicht bereit sind, gegen die Muslime zu kämpfen, zu ihnen kommt, dass man sie zu einem sicheren Platz geleiten soll oder Ort geleiten soll und ihnen die Inhalte des Islam vermitteln soll, damit sie den Islam annehmen können. Und wenn der Frieden wieder da ist, dass die Wahrheit sich etablieren kann, gilt kein Zwang im Glauben. Es gibt keine Steinigung im Heiligen Koran und für die Steinigung ist auch kein Platz im Koran, denn es heißt, die unzüchtigen Sklavinnen haben nur die halbe Strafe. Und das ist von 80 Peitschniebe, die eindeutig erwähnt sind. Außerdem steht eindeutig drin, wer Sina begeht und danach reut und umkehrt. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm verzeihen. Das heißt, es wird vorgesehen eine Strafe oder ist vorgesehen eine Strafe, nach der man weiterleben kann. Und das ist mit Steinigung einfach nicht gegeben. Was habe ich hier noch? Ich habe hier einen ganzen Katalog an Fragen. Ihr seht, es sind mehrere Teile geworden. Ich habe mir also, wie gesagt, die Stichpunkte hier gemacht. Die Islamgegner zitieren immer aus Sure 9, habe ich euch erklärt. Sure 9 ist ganz klar kontextuell an die gerichtet, die die Friedensverträge mit den Muslimen gebrochen haben. Es wird ein Ultimatum gesetzt. Das Ziel ist, dass die Menschen den Islam annehmen. Der nächste Punkt ist, dass, ich habe hier eine sehr wichtige Frage. Was ist mit Juden und Christen und Sabeern, wie es im Koran erwähnt sind, sind sie denn nicht gerettet? Es steht auch ausdrücklich drin, dass sie gerettet sind. Im Heiligen Koran steht tatsächlich drin, dass diejenigen, die Juden, die Christen und die Sabeer, wer auch immer an Allah subhanahu wa ta'ala und den jüngsten Tag glaubt und rechtschaffen handelt, der hat nichts zu befürchten und ist gerettet. Das heißt, wer von ihnen sich an die Bücher hält, das heißt die Juden an die Tora, die Christen ans Evangelium und so weiter. Deswegen heißt es ja auch im Heiligen Koran, ihr Christen fußt auf nichts, wenn ihr nicht auf euer Evangelium zurückgreift und die Juden nicht, wenn ihr nicht auf eure Tora zurückgreift. Gleichwohl sagt der Koran, dass diese Bücher Entstellungen erfahren haben. Aber, und das ist das klare Prinzip, alle Sünden werden vergeben, außer Schirk der Beigesellung. Und aus den Büchern, so entstellt sie auch sein mögen, geht auch heute noch hervor, das erste Gebot, sowohl in der Tora als auch im Evangelium. Wenn ein Christ, ohne sich von irgendwelchen Theologen abhängig zu machen, das Evangelium heute liest, wird es eindeutig, dass es nur einen Gott gibt, dass Jesus der Gott nicht ist und dass das allerhöchste Gebot ist, Gott alleine zu dienen und Gott alleine zu dienen, das wird ganz klar betont, und Jesus nicht zum Gott zu machen, das gleiche geht auch aus der Tora hervor. Wenn also ein Jude und ein Christ, um sie isoliert jetzt mal zu betrachten, sich an seine Bücher hält, an den Tawhid hält, das heißt nicht beizugesellen, ist er in der Tat gerettet. Und wenn er dann noch zusätzlich Rechtschaffen handelt, dann kommt der nächste Punkt, dass wenn die Wahrheit zu ihm kommt, nämlich die Wahrheit des Islam, und dieser dann den Islam annimmt, und dieser dann den Islam annimmt, und dann wieder aus der Religion austritt, ja, da steht im Heiligen Koran drin, dass er auch dann die Möglichkeit hat, wieder umzukehren, ja, wieder umzukehren, von wegen, dann tötet ihn, sondern hat er wieder die Gelegenheit, umzukehren zum Islam. Tut er das nicht und wächst im Widerstand sozusagen und stirbt dann in diesem Zustand, wird die Religion von ihm nicht angenommen, wird die, egal welche Religion er angenommen hat, weil wer den Islam angenommen hat und aus dem Islam austritt, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, von dem wird keine Religion angenommen. Warum? Weil das ganz klar auch wieder die Sünde des Shurk ist. Wenn jemand die Schahade ausgesprochen hat und zum Islam gekommen ist, und er ist ein Muslim und dann wird er Christ, dann begeht er, dann begeht er eindeutig Shurk, weil wenn er die Schahade ausgesprochen hat und die Wahrheit des Islam kennt, dann ist im Koran, steht eindeutig drin, der Schwur des Allmächtigen Gottes, dass dieser Koran wahrhaftig ist. Und wer dann also sagt, das ist Lüge, der begeht Shurk, weil er dem Allmächtigen Gott die Attribut der Wahrheit, Al-Haq, abspricht. Wer aber von dem Namen Gottes Gott eine Qualität abspricht, ja, und anderen zuspricht, der begeht Shurk. Und wer also den Islam angenommen hat und weiß, Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Haq und kennt das und weiß es aus den Attributen des Korans und hat den Islam angenommen und lehnt ihn wieder ab und zeigt somit der Botschaft der Lüge, denn deswegen lehnt er ja ab. Der hat nichts mehr zu erwarten im Jenseits. Der hat Shurk begangen und von ihm wird deswegen auch keine andere Religion genommen. Wenn aber jemand als Christ und Jude geboren wird und wirklich sich an seiner Religion hält und an seine Schrift hält und keinen Shurk begeht, kann er in seiner Religion auch Heil am Ende im Jenseits erfahren. Der heilige Koran sagt also nicht, nur als Muslim kommt man ins Himmelreich, aber gleichwohl muss man noch einmal beherzigen, dass die heutigen Christen mit ihrer Trinität oder Jesus zum Sohn Gottes machen oder Jesus selbst zum Gott machen, verloren sind. Denn das sagt der Koran ausdrücklich, das sind die Sünden des Shurk. Wer Jesus zum Gott macht, der attestiert die Eigenschaft der Göttlichkeit einem anderen Gott, neben dem einen Gott oder anstatt Gott, aber hier bei den Christen ist er noch deutlicher daneben, weil sie ja sagen, Trinität er sei Sohn Gottes. Also hier ist eindeutig der Shurk gegeben. Und deswegen haben wir also bewiesen, ja, gerettet ja, wenn sie nach den Büchern halten, wenn die Wahrheit zu ihnen kommt, diese nicht abzulehnen und zudem auch wirklich nur die Wahrhaftigen, die den Monotheismus und keine Nebengötter anbeten. Das ist ein Exkurs gewesen jetzt aus diesem Fragenkatalog. Es sind jetzt auch mehrere Teile geworden. Ich hoffe, dass ich einfach dazu anregen kann, dass Menschen selber das Buch in die Hand nehmen, dass sie begreifen, die Kriegsverse sind nicht isoliert zu betrachten, sondern in einem ausgebrochenen Verteidigungskrieg, den der Koran beschreibt. Da ist Verbot nicht, die Feindseligkeiten zu beginnen. Man darf sich einfach die Steinigung, die nicht gegeben ist im Heiligen Koran. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt, da ist hier noch eine Frage, wie ich zu Hadith stehe, beziehungsweise zu Sunnah des Propheten Muhammad a.s.w. Der Heilige Koran sagt, gehorcht Allah subhanahu wa ta'ala und dem Gesandten Muhammad a.s.w. Das impliziert eine Einheit. Denn wer dem Gesandten s.a.w. gehorcht, der gehorcht Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen kann es da keinen Widerspruch geben. Das ist eine Einheit. Und aus diesem begründet sich, dass Hadiths, die dem Koran widersprechen oder ein anderes Gesetz haben als im Koran, wie z.B. Steinigung anstatt Peitschenhebe, dann ist dem Koran Vorrang zu geben, ganz eindeutig, weil die Hadiths, die dem Koran widersprechen können, nicht wahr sein oder sind auf jeden Fall problembehaftet, was ihren Wahrheitsgehalt angeht. Ein Hadith, der dem Koran widerspricht, würde ja bedeuten, der Prophet Muhammad a.s.w. widerspricht dem Koran. Das ist völlig unmöglich. Und man muss wissen, dass es eben viele, viele Hadiths gegeben hat, die erfunden wurden. Und mittels verschiedener Analyse-Systemen und so weiter hat man versucht, die richtigen rauszufischen. Irgendwann ist man aber nicht mehr vom Metten, vom Inhalt des Hadith ausgegangen, sondern mehr von dem Isnet, d.h. von der Überlieferungskette. Und wenn man nur von der Überlieferungskette und nicht mehr vom Inhalt ausgeht, läuft man Gefahr, dass also doch tatsächlich sehr viele Hadiths noch dem Koran widersprechen. Das mögen einige nicht hören, die den Hadith über den Koran gestellt haben oder ganz gleich gestellt haben. Aber das darf man nicht. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet Muhammad a.s.w. im Heiligen Koran heißt es, wenn er den Koran abändert oder einen anderen Koran bringt, es ist nicht erlaubt. Auch wenn die Ungläubigen das von ihm verlangen, dass er den Koran abändert. Und wenn ich jetzt sehe, im Heiligen Koran steht Peitschenhebe und jemand sagt, nein, aber bei den Hadiths steht Steinigung. Auch wenn sie mir eine Million Hadiths bringen, folge ich dem Koran. Ganz eindeutig. Weil der Koran hat diese Strafe vorgesehen und keine andere. Und weil eben Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat, die Reue und die Umkehr jemanden der Sina macht. Und jemand, der dann aber dennoch, obwohl das im Koran steht, die Steinigung praktiziert, der nimmt diesem, was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt. Der verbietet, was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat. Und das ist Schirk. Denn etwas zu verbieten, was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Reue nach der Sina erlaubt. Wenn ich aber direkt nach der Sina steinige, dann habe ich ganz klar Schirk begangen, weil ich das erlaubt habe, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Das ist eine strenge Position, die ich da habe. Und da ecke ich mit vielen an. Aber die Wahrheit ist ausschließlich nur im Koran. Und die erläutern der Sunna, die erläutern den Hadith, die aus dem Koran herleitbar sind. Wenn man aus dem Hadith ein neues Gesetz, was dem Koran widerspricht, wie zum Beispiel, dass grundsätzlich jemand, der vom Islam abfällt, getötet wird, das ist aus dem Koran nicht herleitbar, weil der Koran ausdrücklich erlaubt, dass wenn jemand vom Glauben abfällt, aber er wieder zurückkommt, dass die Reue angenommen wird. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Reue und die Umkehr erlaubt. Wenn ich aber den Abtrünning sofort töte, dann verbiete ich, was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat, nämlich die Umkehr. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht das im Koran sehr deutlich, wenn jemand abfällt, dann wieder umkehrt, dann wieder abfällt, dann zunimmt. Das heißt, dieses Hin und Her und nicht gleich beim ersten Mal sofort Todesstrafe, das ist nicht gegeben, sondern die Strafe ist hierfür auf das Jenseits verlagert. Die Strafe, die auf das Jenseits verlagert ist, ist der Mord ohne Recht, also die Tötung ohne Recht. Dann ist ausdrücklich klar, die Tötung ohne Recht ist dann selbstverständlich mit der Todesstrafe, wenn die Familienangehörigen des Opfers, das ist ganz wichtig, den Mörder nicht vergeben und dann wird entweder ein Blutgeld oder sonst irgendeine Gegenleistung vom Mörder gegenüber den Angehörigen verlangt und damit ist die Strafe dann gesünd. Und trotzdem muss der Mörder dann natürlich die Tat bereuen, also spirituell auch wirklich bereuen, auch wenn er durch eine derartige Blutschuld von der Todesstrafe befreit ist und wieder umkehren zum Islam, ansonsten brennt er in der Hölle und das ist dann natürlich für einen Mörder, der umkehrt, also noch viel mehr gute Taten, die er dann auch begehen muss, denn das heißt im heiligen Koran, dessen Waage leicht ist, der geht in die Hölle und die Tat des Mords ist eine schwerwiegende Sünde, das heißt, man braucht sehr viel Gegengewicht der guten Taten, ein gewaltiges Gegengewicht erreicht man immer, durch was? Durch die Reue und die Bitte der Vergebung und wenn man die Vergebung hat, ist das ein gewaltiges Gegengewicht, wenn diese Sünde oder sogar alle Sünden vergeben werden. Inschallah. Also, das ist so, jetzt mal wirklich ein Exkurs, ein riesen Bollwerk an Lügen ist also unterwegs, was den Islam angeht und es ist so wichtig, dass man sich erstmal diesen roten Faden zurecht legt, dass man das begreift, was ich jetzt in diesen Teilen so jetzt in etwa alles vermittelt habe und dass man vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, selber nachliest, deswegen, es bringt nichts einfach nur hier Vers und da Vers es jetzt einfach zu rezitieren, sondern die Menschen einzuladen und wie gesagt, ich habe das am Anfang des Videos oder der Videoreihe schon gesagt, ich blende gleich nochmal die Website-Adresse ein, wo ihr eine echt, sehr ausgezeichnete Übersetzung bekommt von Mohammed Assad, die Botschaft des Koran mit ausführlicher Erläuterung, das sind, mit Erläuterung, sind das über 1300 Seiten, also man sieht, das muss man lesen, begreifen, verstehen, verinnerlichen und nicht durch flüchtige Kritik von PI-Newsler oder von irgendwelchen Möchtegern, die da irgendwelche Analysen machen und dann Verse rausreißen und viel Text drum herumschreiben und das hat gar nichts mit dem tatsächlichen Kontext des heiligen Korans zu tun. Das ist im Grunde die Tür des Verständnisses, damit man den Koran und den Islam, inshallah, begreift und dass man inshallah gerettet sein möge, den wahren Weg zu ergreifen, zu begreifen, dass das die Botschaft ist, die alle Gesandten gebracht haben, dass der Prophet Mohammed a.s.w. diese Botschaft vollendet hat, der abrahamitischen Religion, der wahrhaften Religion des Propheten Ibrahim a.s. a.s.w. Und wenn man diesen, wie es im heiligen Koran sinngemäß heißt, wenn man diesen Band ergreift und nicht loslässt, inshallah, wird man gerettet sein. Lasst euch nicht überrumpeln durch diese ganze Propaganda. Das Reich Gottes wurde den Juden genommen und selbstverständlich sind sie neidisch, weil es den Muslimen gegeben wurde. Deswegen setzen hier ganzes Medienbollwerk ein, der ganze Neid und man sieht die Wahrhaftigkeit von Isa a.s.w., der dieses prophezeit hat, denjenigen, denen das Reich genommen wurde, die hetzen gegen denjenigen, gegen diejenigen, denen das gegeben wurde. Wir sehen also auch in der Realität die Erfüllung dieser Prophezeiung. Inshallah, damit glaube ich, habe ich alle Fragen von euch zusammenfassend beantwortet und wenn es wieder so einen Schlag von Fragen gibt, werde ich wieder, Inshallah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es mir erlaubt, wieder so eine Videoreihe machen. wassalamu alaykum wa rahmatu lillah.